Ja, Marco Lovic, hast du ja auch einen Booster gegönnt statt Gönnergy. Gibt es nämlich nicht, genauso wie deine wertvollen Tipps in Anführungsstrichen, die ja eigentlich keine wertvollen, die keinen Mehrwert bieten. Du machst auf TikTok, machst du Videos, wo andere angeblich irgendwas dazu gewinnen würden oder einen Mehrwert hätten. Und ich sage dir ganz klar, das ist nicht der Fall. Ich sehe das anders. Wenn du das anders siehst, gar kein Thema. Aber deswegen hast du eine Ansage verdient, mein Freund. Nein, mein Freund, da musst du noch ein bisschen mehr dafür tun. Da musst du endlich mal guten Content bieten, weil ich glaube, du machst keinen guten Content. Wo machst du denn bitte guten Content? Guck, was ich hier mache. Ich stehe hier auf einer Brücke mitten in Hamburg und mache super Content. Ich mache dir nämlich eine Ansage. Darum geht es nämlich. Du kriegst eine Ansage von mir, mein Freund. Du musst ein bisschen mehr Mehrwert bieten. Ja, genau. Die Leute gucken hier schon. Das sind alle meine Fans. Ich kriege ganz viele Fans jetzt. Aber ich habe auch guten Content und biete Mehrwert. Danke. Prost auf den Booster. Kein Gönnatschi, den habe ich nicht gefunden.